Ich weiß nicht, wie ich dieses Video starten soll. Ich bin einfach absolut gerührt. Ich bin absolut emotional. Ich habe sehr viele Tränen vergossen. Ich denke mal, das können sehr viele Borussen mit mir teilen. Und wenn man dann eben auch noch ein Turn eine Vorlage von Marco Reus sieht, dann geht es einem nur noch besser. Aber gleichzeitig ist man natürlich auch sehr traurig. Er hatte 99 Tore vor diesem Spiel im Signal Iduna Park geschossen, hat heute sein 100. gemacht. Er hatte gesamt 299 Vorlagen und Assists und hat heute 301 Vorlagen und Assists gemacht. Das heißt, da hat er auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufgestockt. Marco Reus. Ich sitze hier immer noch im Trikot und mit dem Schal um Marco Reus. Was will man noch einfach zu Marco Reus sagen? Ich werde jetzt auch garantiert nicht hier auf das Spiel eingehen. Ganz kurz kann ich nur sagen, Darmstadt, alles Gute in der 2. Liga. Sehr sympathischer Verein. Aber ja, genau. Also mehr kann ich da jetzt auch nicht sagen. Und ich denke mal, es ist auch verständlich, wenn ich hier nicht auf Darmstadt oder auf das Spiel eingehe, sondern auf einen ganz besonderen Spieler und noch einen besonderen Spieler, aber der ganz große natürlich, Marco Reus. Es waren unglaubliche Jahre und es ist der Spieler, mit dem ich groß geworden bin. Es ist der Spieler, der mich immer begleitet hat. Es ist der Spieler, der mir so viele schöne Momente beschert hat. Tore, Vorlagen, aber auch Interviews oder der YouTube-Kanal, die Videos. Das war alles richtig, richtig schön. Und es hat immer wieder nur Spaß gemacht. Ich habe mich jedes Mal gefreut, ihn zu sehen, ihn spielen zu sehen, ihn bei den Interviews zu sehen und so weiter. Marco Reus ist einfach eine absolute Legende. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch mal auf einen anderen Spieler eingehen. Und das ist Mats Hummels, den hat man am Ende vom Spiel nochmal, ja, einfach nur sitzen sehen. Am Pfosten hat er sich angelehnt und einfach die Atmosphäre genossen. Und ich weiß nicht, ob das für ihn so ein kleiner Abschied war, ob das für ihn so dieses letzte Mal war im Signal Iduna Park. Ich hoffe es nicht, denn das wäre, ja, sehr traurig, weil wir könnten ihn auf jeden Fall noch gebrauchen. Aber es kann natürlich auch sein, dass da eine Ära zu Ende geht mit Mats Hummels. Und wenn das auch so wäre, dann wären das wirklich zwei Spieler, die richtig wehtun, neben Marius Wolf und Matteo Morelli, die den BVB natürlich auch noch verlassen. Aber Mats Hummels würde auch nochmal schmerzen. Klar, Marco Reus, das kann keiner überbieten. Und ich habe richtig geheult bei der Auswechslung, weil das einfach sehr emotional gewesen ist. Aber Mats Hummels, der würde auch, ja, einen Krater hinterlassen. Und Marco Reus hinterlässt halt einen riesigen Krater. Und man muss auch wirklich sagen, die Fans haben heute einen super Job gemacht mit einer Choreo, die, ja, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die schaut man sich in 100 Jahren noch an. Jeder BVB-Fan in 100 Jahren wird dann sagen, boah, das war aber ein Spieler. Ja, und mehr Worte muss ich jetzt auch nicht verlieren. Ich könnte hier bestimmt stundenlang schwärmen über Marco Reus oder auch über einen Mats Hummels. Aber ich denke mal, ich habe ja schon genug gesagt in meinem Abschiedsvideo zu Marco Reus. Jetzt heißt es einfach full Fokus auf die Champions League und einfach nochmal einen richtig, richtig geilen Abschluss für, ja, vielleicht sogar zwei Legenden, aber vor allem für Marco zu generieren. Das wäre richtig schön. Und jetzt bin ich raus. Schreibt gerne ein paar nette Worte in die Kommentare und dann bin ich raus. Ciao, ciao.